Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 5, genau. 5, 5, ja immer noch 5. 5. Hi Leute. Hi, hi. Mit dabei der Stirnacken Chris und die sexy Krankenschwester, ja klar Sekretärin Schäfer, da oben steht sie. Rotkäppchen hast du vergessen. Wo? Ah ja. Okay, wollen wir? Ja, ja. Ja, wir sind natürlich mal wieder am Stissel hier. Stissel, maniesel. Genau, seit 2 Jahren läuft dieses Let's Play jetzt. Wir haben alles durchgehend aufgenommen, nie eine Pause gemacht. Ja, ja, nie. Es war YouTube, der dafür verantwortlich ist, dass wir erst... Los geht! Hatten wir das vielleicht schon? Nein, ich glaube nicht. Das ist schon so lange her. Oh, wah, wah, wah. Äh. Achso. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung kommen. Äh, sag nichts. Ich hab nichts gesagt. Einfach dann, man kann ja nicht laufen und schießen gleichzeitig. Ja, ich kann nicht mal laufen. Ah doch, jetzt hier. So, komm, zack, runter hier. Los, weiter geht's. Hopp, 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 hopp. Oh, 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 oh. Doch, ich glaub nicht. Ich glaub, wir haben das dann nicht... Wir haben das... Wir haben es schon mal gemacht, aber... Genau. Ja, verdammt's. So, oh, hier. Brandgranata. Hier, Maschinengewehr-Munition. Danke, danke, ja, brauche ich dringendst. Hier, ich hab nur noch zwei Kugeln. Ja, jetzt hier, komm, jetzt. Na, hoch mit dir, komm ich wieder. Okay, komm, komm. Ja, ja. Na, ist leider vorne. So, komm, komm, komm. Nein, das tust du nicht. So, was ist alle? Ich hab wieder nur zwei Kugeln. Hast du irgendwo ein bisschen Munition für mich, bitte? Äh, Moment, Inventar, Inventar, In... Ah, hier. Äh, nein. Was, wie, nein? Nein, hab nix. Äh, wie, du hast nix. Hab nix für dich. Hast du auch oben längst unsere Anzeigebilder? Nein. Okay. Und ich sehe gerade, meine Wasserzeiten ist auch nicht mehr. Also, in der Aufnahme ist keines davon. Aber direkt hier im Spiel, wie du das kommt. Nein. Kleine Granate und, äh, Maschinengewehr-Munition. Ich bin voll, ich bin voll, ich bin voll, ich bin voll. Du sollst doch nichts laufen. Komm, bitte, mal deine Kräuter. Komm, bitte, mal deine Kräuter. Moment. Gut, wo sind meine Kräuter? Warte mal, hier. Äh, äh. Die brauche ich noch. So, gut. Komm, hier, die da. Hier, fang. Oh, oh, die kommt zurück. Oh, oh, oh. So. Also. Sehr gut, um. Wir sind bereit. Uh, da vorne. Warte, ich muss mal eben hier... Audio-Einstellung. Stürze. Warte, 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 ich muss erst mal hier, ah, Snipergewehr, hier, Snipergewehr. So. Ich seh nicht, es raucht. Na, jetzt aber nicht. Nein, nein. Nein, nein. Gut. Sind sie alle tot? Ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Ja, ja. Du brauchst du Heilung? Ich glaube nicht, oder? Nein. Ich bin voll, du bist aber ziemlich im Arsch. Du bist gerade ein bisschen im Rektum, ha? Boah. Da lebt ihr noch. Okay. Wegen Heilung und so. Okay, Moment, Moment. Ich habe jetzt noch ein Kräutchen für dich. Ich habe ja selber Kräuter. Ja, aber du brauchst jetzt gerade eins. Also stock dich danach wieder auf damit. O, es hat zwei. Eins oben, eins unten. Uh, uh. Steuerung war auch schon mal besser, oder? In dem Spiel nicht, nein. Okay, das ist auch wieder wahr. So, erledigt. Oh, 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 da zielt er noch nicht. Oh, das war ein Raketenwerfer. Warte, ich hatte. Oh, oh, bei dir sind drei. Drei. Nichts mehr. Wo ist er denn? Hast du einen Raketenwerfer ausgeschaltet? Hat er sich selber weggezmatcht? Ja, ist wahrscheinlich. Ach, geil. Find ich auch. So. Ähm, jetzt müssen wir mal die... Oh, oh. Okay. Snipergewehr ist leer. Leer. So, wow. So, aber kriegst du das auch ohne mich hin? Nicht? Okay. Okay. So, äh, wir müssten mal den Schalter ziehen, glaube ich. Hebel, weißt du? Hebel, die Hebel unten, ja. Okay. Komm, du weißt. Ähm, warte, warte. Ich rüste schon mal hier das aus. Ich bin bereit. Komm, komm. Oh, komm, du hast da. Komm. Schnauze. Primäres Shot weggeöffnen. So wird das Sicherheitsabstand halten. Ja, dann klebst du dich. Ähm, das willst du... So, warte, 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 warte. Gegen den hab ich was. Oh, ja, stimmt. Komm, mit drüber. Oh, oh. Das hat gar nicht so... Das hat nichts gebracht. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Schieß. Komm mal. Nein! Oh. Okay. Wir sind... Da steht, du bist gestorben. Bei mir hat er aber dich gepackt. Warte mal kurz. Ich muss mal eben ganz kurz auf Discord wechseln und dich ein wenig lauter machen. Okay, gut. Oh, mein Gott. Jetzt noch mal. Hier, da, genau. Zack. Hey, das... Ja, das sollte gehen. Ich muss etwas nachher überprüfen. Haben wir gerade die gleiche Menge, die wir gerade hatten? Die gleiche Menge wie was, wie wir gerade hatten? Äh, ich meine hier, beim Inventar. Inventar. Ihr weiß, dass es als wir angefangen hatten, hatte ich nicht zweimal... Nein, das hat es gespeichert. Ja, super. Also, wenn du alles verschossen hast und dann neu startest, hast du nichts? Ja, dann bist du ein bisschen im Popo noch. Ein bisschen. Ach so, hier. Ach, hier. Das hat es gespeichert, okay. Na, komm, hier, komm. Komm, komm her. So. Komm her. Ich dachte... Zieh mal den Hebel. Auf der anderen Seite hat es ein Hebel. Oh, du willst mal einen Hebel? Äh, nein. Das nicht. Kann ich das irgendwie überspringen? Ich möchte das überspringen. Ich möchte bereit sein, wenn er kommt. So, jetzt müssen wir was gut finden. Aber ich dachte eigentlich, die könnte ich damit ausschalten. Ich weiß, warum wir hier nicht mehr weitergekommen sind. Weil du undauern gestorben bist, Mister. Ja, ja, ja. Enel hat seinen Insektenspray wieder mal nicht dabei. Oh. Oh. Come on. Komm schon, mach mal hier. Komm mal. Hammer, hammer ran hier. Komm, ran da. Ran an den Mann. Oh. Keep on the ball. Keep on the ball. Keep on the ball. So, das gibt es doch nicht hier. Fang. Nein, die schiebt rein. Nur auf die Schwachbote. Nur auf die Schwachbote. Nur auf die Schwachbote. Das gelbe Ding nimmt's. Ja, das schießt ich ja. Nein, das haben wir. Jawohl. Ah, die Pistole. Die Pistole wird zwischen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So. Nein. Oh nein. In den Lauf. In den Lauf. So, komm. Komm schon mal rein. Jawohl. Stirb, motherfucker. So, wie machst du deinen Käfer gerne? Filetiert? Nee, gebraten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was passiert? Inel. 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 Oh Gott. Zurückziehen. 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 Warum? Das wirst du gleich erleben. Erleben. Das ist die Frage. Brexit Gamer. Brexit Gamer. Nein, ich habe einfach Resident Evil 5 zu häufig gespielt. Siehste? Ich nutze den rechten, ich nehme den linken. Okay. Okay. Oh, da kommen noch mehr. Oh, das ist schlecht. Ich treffe den nicht. Oh, oh. Warte. Schieß ihn mal auf die Granaten. Auf die Granaten. Ja. Ja, schieß den kann ich nicht mehr Munition mehr. Ich auch nicht. Ich bin leer. Ich bin leer. Ich bin total leer. Ich brauche Pistolen, Munition. Ich brauche Pistolen, Munition. So, bin wieder da. Oh, geil. Dankeschön. Oh, verdammt. Schüss. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich kann gar nichts mehr auswissen. Ich kann nichts mehr auswissen. Oh, oh. Weg, weg, weg. Oh. Das reicht mir hier. Oh, oh, oh. Oh, ich renne mal eben weg. Ich versuche, dir ein bisschen wegzuleppen. Ich versuche, ich versuche, ich versuche. Äh, schüsse. Ene, mach keinen Schein. Nein, Ene. Oh. Ich versuche, ich versuche. Ich versuche, ich versuche. Ich versuche, ich versuche. Äh. Hier, gleich hochwirken. Omo, wo bist du? Da oben? Da. Nein. Warum bist du? Wo bist denn? Wie bist du? Warum bist denn du jetzt im Reine? Selber. Warum bist du einfach abgehauen? Ich musste Munition holen. W-w-w-w-w-w-w. Ich musste doch Munition holen. Was? Einen runterholen? Nein, das ist nein. Ja, von mir aus. So, also. Ja, halt die Klappe, halt die Klappe da drüben. Halt die Klappe da drüben auf. So. Also immer schön auf die leuchtenden Dinger schießen. Ja, auf die Leuchten. Nein, das war gar nicht. Das war knapp. Da, kein Kopf. Da, kein Kopf. Ja, kein Kopf. Okay. Es hat meinen, es hat meinen, es hat meinen. Lauf weg. Lauf weg. So. Ja, also, siehst du? Siehst du, lass nur mich machen. Ich schaffe das schon. Okay, willst du? So. Wie gesagt, ich habe keine Munition. Ja. Also, ich habe 23 Schuss für die Pistole. Rund 68 für die, für die. Aber ich habe zwei Blendengranaten. Ich habe zwei Blendengranaten. Ja, sehr schön. Blendengranaten. Ich bin bereit. Ich bin total bereit. Ich bin sowas vorbereitet. Ich bin bereit. Das wird's rausreißen. Okay, äh, jetzt habe ich... Jawohl. Moment. Warte. Bleib stehen jetzt, Jungs. Oh, 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 oh. Das war wieder alles. Ich muss versuchen, Munition holen zu tun. Kommst du klar? Ja. Okay, ich, ich. Schau, schau. Schießt, 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 schießt. So, ich bin hier. Schießt du weiter. Oh, äh. Nein, 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 du was. Lass mich durch, lass mich durch. Nein, 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 nein. Wow. So, noch ein bisschen Taster eingesammelt. Läuft, 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 läuft. Lauf, 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 lauf. Ja, ja, ich bin da, ich bin da. Da. Springen. Weiter. Wir müssen irgendwo. Komm hier runter, hier runter. Ah, ja, ich komme. Aua, 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 aua. Hier, hier zu mir, zu mir. Ich bin auf der anderen Seite. Scheiße. Ich könnte dir... Ich könnte dir Schafschutz-Monition geben. Ja, warte, ist jetzt egal, ist jetzt egal. Ich habe noch zwei Blanker, das kriegen wir schon hin, bitte. Das kriegen wir schon hin. Oh, meiner ist tot. Ich bin auch gleich tot. Meiner ist tot, ne? Ich bin tot. Warte, ich muss mich heilen. Ich muss mich unbedingt heilen. Ich könnte da drinnen ein bisschen Hilfe brauchen. Warte, 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 warte. Und gleiche. Warte, 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 warte. So, der reing vorbei. Schön. Kümmer du dich um die Kleinen. Ich kümmere mich um den Großen hier. Das tust du nicht. Nein, das, 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 das tust du nicht. Ah, hier, Faustinteresse. So, komm, 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 komm. Lauf hin, lauf hin. Tot. Yes. 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 Sehr gut. Siehst du, wir sind doch gut. Oh. Ja, das war ein Bombenspiel. Enel, das war Hammer jetzt gerade. Oh, war das geil. Das war, oh, das war total geil. Wir haben vielleicht andere Vorstellungen von geil, aber gut. Nein, das, das, nein, das war, das war total geil. Also. Beim dritten Mal war, war auch das geil. Das, das ist okay. Nein, sieh mal hier. Sieh mal hier. Ja. Moment, und auf der anderen Seite. Ah, nichts. Nein, auf der anderen Seite nicht. Aber das ist noch ein erster Hilfespray, den hole ich mir. Ja, mach das. Und Munition für mich. Oder? Nein, das ist Bazooka. Ja, okay, Moment, was? Moment, du hast eine Bazooka dabei? Nein. Echt jetzt? Aber ich habe das hier dabei. Was ist denn das hier? Oh, geil. Dankeschön. Immer wieder gerne. Nein, das war jetzt gelogen, aber ist okay. Oh. So. Ich glaube, das war es jetzt, hm? Ja. Also, danke fürs Zugucken. Ich wünsche euch jetzt eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Enel, ciao, ja, und so. Äh, ja, das war viel zu kurz. Ach so. Meine Aufnahme läuft nicht. Meine Aufnahme. Wirklich? Doch. Ah. Sack. Hallo? Ja, auf Star Wars. In Star Wars Sprache ausgedrückt würde das jetzt heißen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl über eine Sache. Oder? Es ist eine Falle. Es ist eine, ich spüre eine Erschütterung der Macht. Oh, bist vom Stuhl gefallen, oder wie? Nee. Du bist vom Stuhl gefallen. Oh nein, nicht überspringen, nicht überspringen. Nee. Nee, nee. Ich glaube, ich habe das Spiel jetzt zu leise angestellt. Du bist da dritten. Ja, ich muss den Garten spüren. Da war es besser, noch nicht trinken. Nein. Du bist das ganz sicher. Entschuldigt. Ah, ich muss das nicht trinken. Ach, Fertig. Und. Du bist das nicht! Ich bin. Du bist du bist. Also seine Moves und der Skills sind schon geil. Und doch können wir ihnen die Fresse vorliegen. Naja, also Chris und Trevor können das, ja. Ob wir das können, weiß ich nicht. Genau, hast du gehört? Just do it! So, jetzt müssen wir hier, jetzt müssen wir hier, ich glaube Licht ausknipsen. Ja. Die Fresse kann sich Licht aus. Oh, oh. Nein, 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 das tut mir. Oh. Äh, wie mache ich das nochmal? Hier. Äh. Haut zu. Nein! Au! Ohohohoho. Ja. Das hast du. Ich möchte den dann mitnehmen. Danke. So, kümmelst du dich um die Lichtschalter? Kümmelst du dich um die Lichtschalter? Kümmelst du dich um die Lichtschalter? Ey, ich bin aus. Ich bin aus. Wirklich nicht. Lichtschalter? Was für Lichtschalter? Schalt du die Lichtschalter aus jetzt. Da, Schalter hebel ziehen. Bin da. Bin dabei. Na, komm schon. Komm schon. Na. Ne du. Komm schon. Na, Meskalein. Ha? Ha? Aber, warum machen wir das Licht aus? Mach einfach das Licht aus. Aber warum? Er kann im Dunkeln sehen, wir nicht. Knips das Licht aus jetzt, Mama, ich sage. Ich bin ja dabei, aber ich meine ja nur. So. Und dann, Linking ab. Linking ab. Linking ab. Wie ist das? Ich soll ihn nicht ablecken? Nein, nicht ablecken. Ehrlich, du willst. So. Mach dich bereit zu schießen. Ja. Ich stufe. Jetzt, schieß, schieß! Ja, geil. So, jetzt hin, 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 hin. Ran an den Mann. So. Ja, los. Ja, ich komme schon. Ciao. Ja, das ist viel geholfen. Das ist am Anfang so. Das ist am Anfang so. Ja, mein Freund. Du hast noch solche Dinger. Ja, eins für dich. Wollte ich. Wann habe ich den? Hier habe ich den. Jetzt, komm, komm. Mach rein das Ding. Oh, schön, schön sanft. Ja, geil. Ist da wohl. Hau ab. Ist hinter mir. Danke. Ist hier. Bei mir. Hast du das Licht da drüben schon ausgeknipst? Und hier? Ah, da kannst du nicht. Da kannst du nicht. Lock in zum nächsten. Lock in zum nächsten. Okay. Hier. Ist bei mir? Ist das gut? Ja, du musst dich erst verstecken ein bisschen. Au. Nein. Ich komme. Nein. Ich komme. Hier. Fühl dich gerettet, Baby. Warum habe ich das so gut gehalten? Oh ja. Lauf weg. Heil dich. Ich bin gerade dabei, wie wegzulaufen. Ah, heilen, heilen. Du weinst nicht schnell genug. Ah, wo ist er denn? Ah, da hinten. Sehen. Was ist das denn? Wo hast du dieses Dingens vorhin gefunden? Bei einer in der Kisten. Ah, da in der Kisten. Ja. Das ist ein Ding. Mal was. Mal was mit. Oh Mann. Oh man, oh man. Hast du noch eine gefunden? Nein, aber du, oder? Nein. Das ist nur der Raketen. Hier oben, hier oben. Ich hab, ich hab. Ich geh das Lecht da drüben hin löschen. Nee, komm mal hoch. Und das Lecht? Ja, ey. Wie kommt man da hoch? Ja, glaube ich. Ich brauch deine Hilfe jetzt. Ich versuch's. Moment. Ich kann den Raketenwerfer nicht alleine laden. Bö, bö, bö. Ähm. Der wird gleich damit werfen. Oh. Alter, sag mal, spinnst du? Ich bin gleich da. Na los. Oha, ey, schneller. Ja, toll. Nein, 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 nein. Warte, warte, schnell schnell schnell. Warten, halt. Sehr gut. So, bleiben wir kurz. Entschuldigung, bleiben wir. Hier, hier, bereit, hier, bereit. Hier, komm, hau rein, hau rein. Oh, äh, hier. Roger, da. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. So, jetzt mal runter. Ja, warte. Also, alles wieder auf Anfang. Ciao. So, und runter. Lauf. Die Hände verstecken. Direkt verstecken. Und ist es echt? Er darf uns nicht mehr sehen. Oh. Ha, jetzt. Jetzt, ich bin der Masch der Welt. So, hab es. Los, hin zu ihm. Pack ihn dir, pack ihn dir. So, komm schon, komm schon. Oh, oh. Okay, wir gehen nur mal hoch, hau? Ja. Oder hat es in der Kiste unten noch, wo du das Ding ins geholt hast? Warte. Ja, warte, warte, hier. Nein, das ist nur ein Lichtschalter. Ja, mach aus. Ja, ich mach aus. Dann renn du mal hoch, hol du mal so ein Ding ins. Hier, RPG, Raketen. Händenwerfer. Für. Hi, Weisker. Ja. Gib den Bestes. Na los, gib den Bestes. Du weißt, wir haben nur begrenzte Munition, oder? Ja, ich weiß. Darum ist, tut mir leid, dass ein... Einverkehrt... Ey, da hat das Licht angehört. Oh! Sag mal, spinnst du. Chrissy Boy, steh auf. Ich mach mal eben das Licht wieder aus, ja. Warum schießen wir eigentlich nicht die Lichter aus? Warum müssen wir die manuell ausschalten? Weißt du, was ich meine? Weil das Spiellogik ist, und das würde nicht... Das ist Panzerglas-Lichtingens. Ja, hier. Ja, hier. Gib mir den Hand. So. Bist du bereit zu schießen? Oh, Achtung. Er ist hier auf dieser Seite. Oh, warte. Oh, warte. Das wär cool. Das wär cool. Das gibt Feuerwerk jetzt. Moment, wenn wir hier drauf... Ja, das ging zu schnell. Ich konnte nicht mehr im Raketen mehr verziehen. Versuchen mal drauf zu schießen. Geil. Das Problem ist, ja... Da kommen wir nicht hoch, ja. Genau. Aber macht nichts. Es macht ihm Schaden. Das ist alles, was zählt. Alles, was zählt. So. Wo rennt er hin? Wo rennt er hin? Er kommt auf uns zu. Hier. Okay. Sehr gut. Schieß. Ja, warte, warte, warte. Da geht ihm ein Wege. 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 Feuer, Feuer. Jetzt. Feuer, Feuer. Ja, bin gerade dabei. Und bin... Geh zu ihm, geh zu ihm. Sehr gut. Und jetzt hab ich... Ich hab ich, ich hab ich. Ihr habt es schön. Stirb. Motherfucker. Es wurde sofort mit Nemesis und Edel infiziert. El Nemesis. Will das work? Ich denke so. Nemesis? El Nemesis. Oh, Kopfschmerzen. Das ist das. Alles klar? Oh-oh. Das ist nicht over, Chris. Das ist ja ein Mutanten-Gedöns. So was von. Und somit wär's das für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sicher nicht in der Sequenz. Spitz doch. Ja, die Uhr sagt das. Lauf, Schimmer. Der hat da was ins Meer geworfen, der Sack. Ja, weißt du, ne? Hm, was? Ey, du weißt schon, jetzt kommen wir nicht mal raus aus der Geschichte. Jetzt geht's jetzt Schlag auf Schlag weiter. Oh, he has Ouroboros. Na, das mag ich zu bezweifeln. Na, das glaub ich nicht. Oh. Upsi. Ja, das... Sagst du jetzt nicht, wir kommen je nicht mehr raus? Okay, dann... Hoch die Hände, Folgenende. Ich wünsche euch jetzt eine angenehme Zeit. E0, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.